An der Hand und unter dem Sattel stellt uns unsere Auszubildende Pia, den 4-jährigen Wallach Ferdinand, vor. Wieder einmal steht der Fürst Heinrich Donnerhall-Sohn Fürstenball als Vater im Pedigree. Mütterlicherseits geht es weiter über den Don-Schufro-Sohn Don-Romantik und über den Jahrhundert-Hengst Weltmeier. Aufgewachsen ist dieser Jüngling auf dem Gestüt Lewitz und wurde dreijährig behutsam auf dem Gestüt Osthof angeritten. Nach dem Anreiten konnte er seine Ferien noch ein wenig auf den Weiden des Gestüts genießen, bevor er auf dem Hof Kasselmann weiter gefördert wurde. Es folgt im Sommer sein erster Turnierauftritt, den Ferdinand auch gleich siegreich für sich entscheiden konnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dieser hochbegabte Jüngling überzeugt nicht nur mit seinen qualitätvollen Grundlagen, und seinem enormen Versammlungstalent bei den ersten Piaf-Ansätzen an der Hand, sondern auch mit seinem liebenswerten Charakter.